Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal, unser Let's Play Guild Wars 2. Ach Mensch, ja, wir standen doch jetzt hier hinten an dem Level-Übergang zum Mahlstrom-Gipfel, dann der Wegmarke, weil ich da jetzt rüberschnupfern wollte. Dabei ist doch unser Outline gerade Level 60 geworden und wir können endlich mit unserer persönlichen Geschichte weitermachen. Und die führt uns natürlich wo ganz anders hin. Es war also total sinnlos, hier jetzt hin zu porten. Naja, gut, vielleicht nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, also so total sinnlos war das nicht, aber das Gespräch mit der jungen Dame noch geführt, nachdem ihr weg wart. Ach so? Ja, also, ähm, ja, ähm, Telefonnummern ausgetauscht. Na klar, ihr habt Telefonnummern ausgetauscht. Nee, aber was man so auf den Zettel schreibt, keine Ahnung, ich kann das nicht lesen. Wie, du kannst es nicht lesen, Outline? Ja, keine Ahnung, die hat halt in einer anderen Sprache geschrieben. Ich hätte mich hier so... Oh Gott, und zwar, ich hab schon gerade gedacht, du kannst gar nicht lesen. Ach, Quatsch! So ein Unsinn. Quatsch, natürlich kann ich lesen. Mutti hat mir das Lesen noch beigebracht. Ach so, ja, dann ist ja okay. Gut, wir müssen zur Abteil du Mand. Die nächste Aufgabe heißt, meine ich, Alarmstufe Rot. Da oben ist sie, Alarmstufe Rot. Meldet euch in der Abteil du Mand, sprecht mit Gigs in den Archiven. Ach, oh Gott, dieser Gigs, naja, gut, okay, also... Ja, ich werde schon mit ihm klarkommen, aber vielleicht ist Siren da. Siren habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Alarmstufe Rot hört sich übrigens nicht besonders vertrauenserweckend an. Oh, und da haben wir schon wieder Post bekommen. Was ist denn das? Ach so, ja, genau. Ja, hab ich schon. So. Wir haben auch noch unsere tägliche Login-Belohnung. Wieder mal Lorbeeren. Oh, das ist gut, denn ich brauche in nächster Zeit sehr viele T6-Materialien. Und die hole ich mir immer über Lorbeeren. Ist eigentlich hier ein Lorbeer-Händler? Oh. Mal großziehen hier kurz. Haben wir hier eine Lorbeer... Ne, wir haben hier gar keinen Lorbeer-Händler. Schau an, schau an. Ich hätte gedacht, hier gibt es einen Lorbeer-Händler. Na, falsch gedacht. Falsch gedacht, Udwein. Wo ist Gigs? Gigs ist hier draußen. Also farblich passt der Udwein gerade jetzt nicht so richtig gut zur Abtei Dormand. Und? Nur weil ich bei der Abtei bin, muss ich ja nicht hier nach Einheitsprall aussehen, oder? Das stimmt allerdings. So, Instanz betreten. Alarmstufe Rot. Meldet euch bei Gigs. Der ist hier unten. Wirklich? Nee, nee, nee. Er ist schon da. Er ist da hinten bei den schwebenden Tafeln. Hier läuft Post um Post rein. Ach, zu Schande. Von R. Oh. Von R. Hat das jetzt damit etwas zu tun, dass wir hier in die Geschichte rein sind? Bezwinger. Es ist schön zu hören, dass ihr immer noch für das Gute kämpft. Ich möchte euch zur Rekrutierung der Grawler beglückwünschen. Wie jeder in Holbrock hatte ich meine Zusammenstöße mit ihnen. Aber ich bin sehr sicher, dass sie wertvolle Verbündete im Kampf gegen die Drachen abgeben werden. Grämt euch nicht zu sehr, dass ihr das Dorf der Grawler nicht retten konntet. Pausungen können wieder aufgebaut werden. Das Wichtigste ist, dass ihr Leben gerettet und dadurch ihre Unterstützung gewonnen habt. Ich versuche immer noch, die Klinge des Schicksals wieder zu vereinen. Doch bis dahin ist es noch ein langer und steiniger Weg. Aber aufzugeben liegt nicht in meiner Natur. Tyrion braucht seine Helden. Schließlich kann selbst ich nicht erwarten, dass sie im Alleingang alle Last der Welt stimmt. Also werde ich es weiter versuchen und euch wissen lassen, ob und wann sie wieder zur Vernunft kommen. Mögen die Geister euch leiten. R. Ach, wie nett. Ach, wie schön. Ich habe schon gedacht, sie hätte mich vergessen. Habe ich jetzt schon so lange nichts mehr von R gehört. Nun gut. Gehen wir in diese heilige Halle. Was war das jetzt gerade? Ist das normal? Ich sehe das, glaube ich, gerade zum ersten Mal, dass da so ein Ring einmal die Bücher rauf geht und anscheinend später auch wieder runterkommt. Ist ja doll. Da kommt er wieder runter. Tatsache, das ist mir noch nie aufgefallen. Die Drachen bedrohen uns alle, Gaara. Ich bin froh, dass sich euer Dorf am Kampf gegen sie beteiligen wird. Die ganze Welt leidet. Wir geben nicht auf, bis die Riesenbestien tot sind. Okay. Sehr schön. Ja, mit Gaara hatten wir ja zu tun. Einen guten Tag auch. Siren und ich sprachen gerade von eurer jüngsten Prüfung. Es ist tragisch. Einfach tragisch. All diese Zerstörung. Ich kann es nicht genug betonen. Den Drachen muss Einhalt geboten werden. Der einzige Lichtblick an der Situation ist, dass ihr viele Leben gerettet und Verbündete für die Abtei gewonnen habt. Als Verwalter ist es mir eine Ehre, euch in den höchsten aktiven Rang der Abtei zu befördern, den des Magisters. Hab Dank, Verwalter Gix. Ich fühle mich sehr geehrt. Glückwunsch, Magister. Feiert ruhig. Aber einen kleinen Auftrag gäbe es auch noch zu erledigen. Eine Mitarbeiterin hat neulich eine neue Gleichung entwickelt, die Schwachpunkte höherer magischer Wesen anzeigen könnte. Wie zum Beispiel Drachen. Merva hat der Abtei eine Kopie ihrer Forschung angeboten. Ich möchte, dass ihr nach Löwenstein geht und sie holt. Hört sich gut an. Treffen wir uns in ihrem Haus. Es liegt am Strand bei der Westbastei. Treffen wir uns in Löwenstein. Erledigt den Botengang für Gix in Löwenstein. Trefft euch in Löwenstein mit Siren. Magister Utwein? Magister Utwein. Hallo, ich bin der Utwein. Ja, steht mir doch, oder? Ja, steht dir total. Vor allen Dingen bei der verwegenen Kleidung, die wir momentan für dich ausgesucht haben. Da passt es mit dem Magister natürlich wie die Faust aufs Auge. Ach, wie schön. So, jetzt ist die Frage, kann ich aus der Geschichte direkt nach Löwenstein? Sieht so aus. Maiva hat ihre Behausung hier, da ist die Forschungsstätte der Abtei Domand. Deswegen können wir auch direkt hierhin botten zur Wegmarke Sankt Umhafen. Denn die andere Wegmarke, die glaube ich recht nah bei Maiva ist, die habe ich gar nicht. Tja, Utwein, du musst noch so viel sehen. So, dauert natürlich immer wieder ein bisschen länger hier in Löwenstein. Vor allen Dingen dauert es auch, bis die Musik irgendwann mal angekommen ist. So, mal schauen. Kommen wir hier durch? Ich glaube schon. Ja, genau da vorne ist es schon. Und da vorne ist auch schon unsere Aufgabe. Ich sehe das Sternchen. Wenn ich aber schon mal hier bin, dann sollte ich vielleicht auch zumindest diese Wegmarke hier holen. Wobei, mache ich jetzt vielleicht einen Schlenker? Oh, das macht, ich glaube, das macht Sinn. Wir machen einen kleinen Schlenker. Das heißt, wir gehen über diese Wegmarke. Das Panorama nehme ich jetzt nicht mit. Aber über die Wegmarke nehmen wir dann die Sehenswürdigkeit da in der Mitte mit. So, das wäre Nummer eins. Wegmarke westlicher Bezirk. Ein bisschen schneller können wir dich ja auch machen. Huch, ich glaube hier fehlt Textur. Oh, ich hasse sowas. Guckt euch das an, jetzt kommt alles. Da sehen wir mal. Wie Tyria aufgebaut ist. Auch hier fehlt noch einiges. Komm schon. Es sieht nämlich wunderschön aus. Ah, so, so. Ich bin einfach viel zu schnell losgegangen von der Wegmarke aus, zu der ich hin teleportiert war. Guckt euch das an. Übrigens gibt es in unserer Stadt tatsächlich einen Tunnel, der ziemlich genauso aussieht mit so Mosaiken hier. Nur ist der bunter. Er ist nicht an eine Wasser-, also Unterwasserlandschaft angenehm. Und sie haben hier jede Menge Jade gebracht aus dem Jade-Ozean. Mh, und ich schmeiß mit Federn hier um mich. Oh, ist das nicht hübsch. Das war früher hier mal eine Höhle. Die sah bei weitem nicht so hübsch aus wie hier. Hier haben wir dann eine von diesen Mariner-Gedenktafeln. Aber wir wollen da hinten noch die Sehenswürdigkeit und auch die Wegmarke mitnehmen. Da haben wir ja ein Tor. Dieses Tor würde theoretisch, denke ich, in Tengu-Gebiet führen. Es wird auf jeden Fall auch von Tengu bewacht. Da sehen wir sie schon. Karumi-Speer, Karumi-Speer und Karumi-Speer. Also das müsste doch zu öffnen sein. Aber sie bewachen es. Sie lassen niemanden durch. Ich hoffe, dass wir innerhalb der lebendigen Welt vielleicht auch mal was über die Tengu erfahren. Dann schließlich hatten wir in Guild Wars 1, als die sich nämlich auch in Kryta aufgehalten haben, Zugriff auf sie. Also zumindest konnten wir ziemlich viel mit den Tengu machen. Es gibt noch so viel hier in Guild Wars 2, was man in Guild Wars 1 kannte. Und was hier jetzt näher beleuchtet werden muss. Zumindest eben die letzten Jahre. Okay, wartet mal. Achso, stimmt. Ich bin ein ganz kleines Stückchen jetzt so weit. Das ist da hinten, das Schiff. So. Das hier. Alarmstufe Rot. Da ist Sirin. Das ist das richtige Haus. Aber Gix hat nichts gesagt von sonderbaren Lichtern und Klopfgeräuschen. Haltet ihr das für normal? Das bezweifle ich stark. Das Abwehrsystem des Hauses ist aktiviert worden. Oh nein. Vielleicht wollte jemand einbrechen und Mewas Forschungsergebnisse stehlen. Gehen wir lieber rein und suchen Mewa. Sie könnte Hilfe brauchen. Oh, oh. Das... Äh... Die Verteidigung des Hauses wurde aktiviert. Na, Otwan. Ich glaube fast, das sagt uns schon ganz deutlich, wer hier wohnt. Die Tür mag groß sein, aber das täuscht. PM 632 Z. Willkommen im Hause von Mewa, Technikerin für Spezialwissen. Aufgrund eines Einbruchs ist Mewas Haus zur Zeit vollständig abgeriegelt. Besucher werden höflich begrüßt und umgehend terminiert. Während der Verdampfung durch die Gastabwehr bitte Ruhe bewahren. Das ist ja wunderbar. Wünsche einen schönen Tod. Ich liebe diese Quest. Schon alleine eigentlich ein Grund, um die Abtei zu wählen. Sonderwaffen freigeschaltet. Bereitet euch vor, zu sterben. Zusätzlicher Scham. Ich wünsche einen schönen Tod. Solche Macht. Siren, geht's dir noch gut? Der pübelt einfach so an hier im Kopf vorbei. Sonderwaffen freigeschaltet. Bereitet euch vor, zu sterben. Der Nächste bitte. Ich wünsche einen schönen Tod. Genau. Ich brauche Energie. Also gut, legen wir los. Ah, da habe ich jetzt leider keine Macht bekommen. So viele Bücher und wir kämpfen direkt hier an den Büchern. Oh je. Ja, das war interessant. Na toll, Asura. War doch klar, dass Gix mich zu einer Asura schickt. Oh Mann. Ich glaube aber nicht, dass normalerweise nur Asura hier leben. Also ich glaube, es sind eher Menschen, die sich solche Rüstungen hier in irgendwelche Schaufenster stellen würden, oder? Hm. Okay. Die Verteidigung des Hauses ist aktiviert. Ich finde es sehr merkwürdig, dass die Tür nicht versperrt war. Sollte man nicht sagen, bei einer guten Verteidigung ist dann die Haupteingangstür auch verschlossen? Nein, stattdessen kommt man hier rein. Und das Haus sagt einem, Besucher werden terminiert. Großartig. Sucht im Keller nach, Maeva. Oh, was ist das? Oh, Maeva ist da. Unsere Abwehrmaßnahmen wurden bedauerlicherweise verschärft. Dimensionale Stasefelder initiiert. Sekundäre Golemvollstrecker sind jetzt aktiv. Der eigenen Vernichtung ist still beizuwohnen und die wohltuende Musik zu genießen. Kampfprotokoll aktiviert. Sonderwaffen freigeschaltet. Bereitet euch vor zu sterben. Wünsche einen schönen Toast. Aber sie sind sehr höflich. Und tatsächlich ist irgendwo auch Musik zu vernehmen. Warte, dann haben wir da den nächsten aktiviert. Ist ja großartig. Sonderwaffen freigeschaltet. Wir müssen aufstehen und weiter sterben. Ach, das ist das Ende. Die beiden sind direkt kaputt. Gehen wir an den nächsten. Ach, doch. Der kommt schon. Bereitet euch vor zu sterben. Wünsche einen schönen Toast. Ach, ist doch gut. Komm schon, du bist jetzt auch tot. Ach, Siren. Oh Mann, das sieht so toll aus. Wie sie hier steht. Sie scheint in sowas wie einem Zeiterweiterungsfeld gefangen zu sein. Und sie hält damit irgendetwas fest, was... Ja. Woher kommt? Sieht irgendwie untot aus, oder? So, Siren, was machen wir jetzt dagegen? Mewa forscht auf dem Gebiet der dimensionalen Biostasis. Ich erinnere mich, dass Gix sich ausführlich darüber ausgelassen hat. Ausgesprochen ausführlich. Aha. Ist irgendwas dabei, das uns in dieser Situation helfen könnte? Sie erfand ein Gerät. Ich glaube, sie nannte es einen Dimensionsanker. Ja, es stabilisiert Dimensionsrisse. Aha, das bedeutet, dass hier irgendwo einer herumliegen muss, oder? Hm. Findet den Dimensionsanker. Oh Mann. Toll. Und oben sind noch mehr Golems, die man ins Leder holen. Na, es war ja wieder gleich. Aber toll. Magister, hätte er sich auch an den Hut stecken können. Wann muss ich jetzt hier wieder machen? Kloppen. Klopperei, Klopperei, Klopperei. Er ist doch ein Augenwischer-Titel, oder nicht? Ich würde sagen, die haben mich nur in Magister gemacht, damit ich weiter für sie die Kohlen aus dem Feuer hole, ja? Was haben wir denn da? Noch mehr Golems. Na, super. Kampfprotokoll aktiviert. Sonderwaffen freigeschaltet. Bereitet euch vor, zu sterben. Wünsche einen schönen Tod. Sogar von der Treppe hat er mich hier runtergeholt. PM 632-Z. Na, wenigstens sind die vernünftig. Und bestehen nicht aus, ähm, irgendeiner Lichtmatrix. Kann man ordentlich draufzimmern. Ja, weil erst wenn du Schrott irgendwo an deiner Kleidung hast, dann weißt du auch, dass du gegen was gekämpft hast. So. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Da sind noch viel mehr. Ich glaube, wenn wir den Anker finden sollen, dann müssen wir das auch noch machen. Und hui. Oh. Da habe ich überhaupt gar keine Energie mehr gehabt. Na gut. Die beiden sind gleich hin. Ha. Dieses kräschtendierende, ne? Einerseits hier Kampfgeräusche. Andererseits diese freundlichen Stimmen. Bitte wohnen Sie Ihrem Tod, ähm, ruhig bei, was auch immer. Ähm, dann diese Musik hier. Wir können noch weiter nach oben. Und dieses dröhnende Gehupe. Ich gehe erstmal noch weiter nach oben. Na, fühlender Alarm. Was ist das jetzt? Ich glaube, damit kennt es sich aus. Ich glaube, das sind irgendwelche Elementare. Oh, verdammt. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Oh, 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 oh. Wer uns verwundert, fahrt dafür. Und die anderen Dinge auch. Ah, der ist noch gar nicht kaputt. Noch nicht ganz jedenfalls. Oh, oh, oh. Und weint, pass auf. Ja, mal ganz kurz hier aus dem Bereich raus. Alles klar. Puh, jo, 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 jo. Alles klar. Und weiter geht es. Wir müssen aufstehen und weiter kämpfen. Ding ist immer noch ganz gewesen. Können schon mal hinter die Tür lünkern. Alles klar. Was haben wir hier? Dieser Schaltkreis versorgt das Feld mit Energie. Gibt den Coop ein, um das Feld auszuschalten. Und weint, woher hast du den, äh, woher hast du den Code jetzt gerüst? Äh, was ist Code? Ich hab doch gerade einmal draufgehauen. Ach so. Ja, so kann man es auch machen, wenn man den Code nicht weiß. Sind das noch mehr Golems? Oh, Tatsache. Kampfprotokoll aktiviert. Und da hinten ist noch ein Verteidigungsturm. Bereitet euch vor zu sterben. Wünsche einen schönen Tod. Ja, dann kommt jetzt her. Ich hab keinen Bock da hinten bei dem Verteidigungsturm zu kämpfen. Boah, wenn der bis hier reinschießt, ne? Jungens. Ihr habt's gewusst. Ihr habt's gewusst. So, wir kommen mal, wir kommen mal hier rüber. Hier sind keine Verteidigungstürme mehr. Ist Siren jetzt da? Nein, 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 nein. Die kommen hier. Alles gut, alles gut. Zusammen sind wir unbesiegbar. Unbesiegbar. Da ist Nummer eins da hinten. Jetzt machen wir Nummer zwei noch platt. Ui, 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 hat das wehgetan, kleiner Golem. Ja, du kannst mich mal, blöder Turm hier. Dimensionsanker. Oh, da ist er sogar. Ui. Machen wir hier die Verteidigung jetzt noch ganz kaputt. Ich weiß nämlich nicht, ob man, ähm, diesen Anker einfach so schnell eben grapschen und wegrennen kann. Oder ob man ein bisschen Zeit dafür braucht. Wenn dem nämlich so ist. Genau. Nein, es ging auch so. Es ging ganz schnell. Bringen wir den mal zu Mewa. Zack, wir nehmen die Abkürzung. Ah, hier kann man nicht so drüber springen, über das Gitter. Das ist doch zu hoch. Zack, und die Abkürzung. Dann gucken wir mal, wie wir die Dame hier rauskriegen. Mewa. Ach, sieht toll aus. Aber sie ist jetzt gar nicht mehr, ähm, in so einer Abwehrposition, ne? Wie gerade noch. Äh, warum so? Ach, verdammte Hacke, hier sind noch Golems. Ich hab ich überhaupt nicht gesehen. Und ich lass mich hier durch die Gegend schubsen. Ist ja unglaublich. Moment. Ja, wir legen das Teil mal ab. Weil mit dem Anker kann der Utwein nicht vernünftig kämpfen. Wo sind die denn jetzt plötzlich alle hergekommen? Mit so einem großen Norn auf kleinem, ähm, Gelände hier zu kämpfen, ist gar nicht mal so einfach. Zack, der erste ist kaputt, der zweite ist kaputt. Weil der Utwein schließlich so groß ist, dass die Kamera in der Regel halt fast in der Decke hängt. Und ich hier sehr nah ran gescrollt kämpfen muss. Immer herüberkommen, die Damen und Herren. Ja, jetzt haben wir es aber bald, ne? Jetzt haben wir es aber bald. Hä? Kommen von oben noch neue dazu? Was? Moment. Äh, spawnen diese Dinger hier? Nein, die sind doch nur für den Alarm verantwortlich, oder was? So, wir nehmen mal ganz schnell hier den Dimensionsanker. Und kümmern uns um Mewa. Das hatten wir doch schon. Er muss hier irgendwo rumliegen, genau. Ich glaub, wir müssen sie erst rausholen. Setzt Energie frei, um Golems zu betäuben und zu schwächen, oder ein Puls der Dimensionen und Magie stabilisiert. Dann das. Vernichtet den untoten Speer. Also, wir müssen los. Also, wir müssen los. Bei korrekter Installation stabilisiert der Dimensionsanker dimensionale Phänomene. Zu den Nebenwirkungen des Ankers zählen Migräne, Zusammenbrüche und oder heftige Akkane überladen. Bitte entspannen. Das Dimensionsinterface wird wieder hergestellt. Irgendwie hat der viel mehr Spaß mit Zirin. Naja, gut. Können wir von hinten drauf kloppen. Ich grüße euch. Ihr seid ja von der Abtei. Danke für die Hilfe. Gut, dass ich nicht warten musste, bis das Abwehrsystem deaktiviert war. Und wie lange hätte das genau gedauert? Oh, 3500 Jahre. Plus minus ein Jahrzehnt. An diesem Punkt wäre ich aus der Stase erwacht, im Vertrauen darauf, dass die Strahlung abgeklungen wäre. Was ist das? Aha. Die Kreatur, die in mein Haus eindrang, war eine Art orianischer Speer. Ich hatte Gix gesagt, dass meine Gleichungen einen Überfall auf Löwenstein vorausberechnet hatten. Der Einbruch legt nahe, dass der Zeitpunkt des Angriffs gekommen ist. Wenn das stimmt, ist die ganze Stadt in Gefahr. Mewa, geht zur Abtei. Zeigt Gix eure Forschungsergebnisse. Wir machen uns sofort zur Klaueninsel auf. Wir müssen die Löwengarde warnen. Was ist auf der Klaueninsel? Die Klaueninselfestung liegt im Hafen von Löwenstein. Sie ist die letzte Bastion gegen Invasionen vom Ozean her. Sollte Saitan die Stadt angreifen, müssen seine Diener an der Festung vorbei. Juhu, Alarmstufe Rot abgeschlossen. Und wir bekommen neue Handschuhe. Skin freigeschaltet, Skin freigeschaltet und Skin freigeschaltet. Das Schöne ist, dass die jetzt endlich drei Werte haben. Da kommen wir weg von diesen zwei Wertdingern. Kraftfähigkeit, Heilkraft, Kraft, Präziviltheit. Das ist, glaube ich, ganz nett oder mit Zustandsschaden. Gehen wir auf diese Stulpenhandschuhe. Danke schön. Außerdem sechs neue Beutel hier für unsere Sammlung. Das sind jetzt immerhin schon 61 Stück. So, ich nehme den anderen Kram auch mal. Und die können wir jetzt direkt tragen. So, wunderbar. Und um den Rest kümmere ich mich dann später. Wir können jetzt mal Evas Haus erst mal verlassen, um zur Klaueninsel zu reisen. Die Klaueninsel befindet sich auf der Karte hier vor Löwenstein. Hupala, ach, ich kann da nicht weiter raus scrollen, weil ich in der Instanz bin. Das ist quasi so die letzte Abwehr für Löwenstein. Genau. Ja, Abwehr klingt doch krunter. Da werde ich bestimmt ein paar Leute treffen, die auch mal ein bisschen Muskelkraft besitzen und nicht nur grob. Ich meine, bei der Abtei ist ja ganz nett und so, aber... Manchmal gehen mir diese vergeistigten Leute ganz schön auf den Keks. Na. Knick, knack.